Warum haben wir uns bisher so intensiv mit der Cognitive Load Theory beschäftigt? Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Serie Instruktionspsychologische Grundlagen zum Lernen mit Medien. Und ich hoffe, ich kann in diesem Video nun Antworten auf diese Frage auch liefern. Die Cognitive Load Theory und die Erkenntnisse daraus haben eine andere ganz wichtige Theorie zum multimedialen Lernen intensiv und stark beeinflusst, nämlich die Cognitive Theory of Multimedia Learning. Diese Theorie beschäftigt sich damit, wie wir mit Multimedia Materialien lernen können und welche Prinzipien wir dabei berücksichtigen sollten. Die Multimedia Theorie nach Meier. Aber was ist eigentlich Multimedia? Multimediales Lernen muss nicht zwangsläufig mit digitalen Medien stattfinden. Wenn zum Beispiel eine Lehrerin ihren Schülerinnen und Schülern etwas erzählt und diese beim Zuhören gleichzeitig auch Notizen in ihrem Heft festhalten, dann ist das bereits multimediales Lernen. Eigentlich müsste man zwischen Modalität und Codalität unterscheiden. Modalität ist dabei der Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache und Codalität der Unterschied, ob Text oder ein Bild eingesetzt wird. Erst wenn diese Beispiele miteinander kombiniert werden, dann kann das Attribut Multi hinzugefügt werden. Kombiniert man nun Gesprochene mit geschriebener Sprache, dann entsteht multimodales Lernen. Zum Beispiel die Lehrperson schreibt an der Tafel und spricht gleichzeitig zu der Klasse. Ein Schulbuch mit Abbildungen und einem dazu passenden Text wäre dann zum Beispiel ein multikodales Lernmedium. Um aus Lernmaterialien nun multimediale Lernmaterialien zu machen, werden sowohl die Codierungsformen als auch die Modalitäten integriert. Digitale Medien können diese Integration, diese simultane Integration natürlich erleichtern. Weiters zeichnet multimediale Lerninhalte immer auch die Interaktivität aus, zum Beispiel Navigationsmöglichkeiten oder auch die Steuerung der Wiedergabe des Lernmediums. Das Multimedia-Prinzip Empirische Studien konnten nachweisen, dass Lernende mit der Kombination aus Text und Bildern besser lernen können als nur mit Textmaterialien. Getestet wurde dabei nicht nur die reine Erinnerung oder die reine Wiedergabe von Wissen, sondern auch der Transfer bei Problemlöseaufgaben. Und auch hier schnitten die Lernenden mit der Text- und Bildkombination besser ab. Ganz entscheidend ist natürlich, dass die Bilder sinnvoll eingesetzt werden und nicht nur um der Bilder willen. Zum Beispiel Bilder einsetzen, um ein Thema zu organisieren, um unsichtbare Beziehungen sichtbar zu machen oder als Schnittstelle zu einer Aufgabe. Das Modalitätsprinzip Bei der Wissensvermittlung mit Bildern oder Grafiken in Kombination mit auditiven Texten gibt es einen höheren Lerneffekt als mit geschriebenen Texten. Besonders bei Anfängern ohne viel Vorwissen zu einem Thema tritt dieser Effekt ganz stark auf. Der Modalitätseffekt verschwindet jedoch, wenn zu einem Thema bereits sehr viel Vorwissen vorhanden ist. Diese Erkenntnis wird auch als Expertise-Reversal-Effekt bezeichnet. Das Kontinuitätsprinzip Bei der Darstellung von Text und Bildern soll auf räumliche Nähe geachtet werden. Das heißt, hier am Beispiel von Badalays Arbeitsgedächtnismodell nicht zuerst die Abbildung und dann erst den Text zeigen, sondern so nah wie möglich beieinander. Empirische Studien konnten außerdem einen noch besseren Lerneffekt nachweisen, wenn anstatt des Textes die Erklärung des Bildes oder der Grafik gesprochen wurde. Das Redundanzprinzip Die gleiche Information in verschiedenen Codierungsformen darzustellen, reduziert den Lernerfolg. Ein weitverbreitetes Beispiel dafür, Punkte auf einer Powerpoint-Präsentation werden zunächst von den Zuhörern gelesen, denn wir können nicht nicht lesen, und gleichzeitig liest der Vortragende die Punkte auch noch vor. Hier kommt es nun zu einer unnötigen, zusätzlichen kognitiven Belastung. Daher gilt, wenn ein Bild oder eine Grafik bereits mit auditivem Text beschrieben wird, dann nicht noch zusätzlich einen geschriebenen Text hinzufügen. 27ilosảng 押orts 40 41 42 43 43 44 44 44 Untertitelung des ZDF, 2020